Er zählt zu den Überraschungen bei der Eintracht Bastian Oczipka. Grund genug für Spielzug, mit Bastian das ICE-Werk Frankfurt-Griesheim zu besuchen. Der Blick hinter die Kulissen lohnt sich auch beim Linksverteidiger. Sechs Ligaspiele, dabei fünf Assists. Ein Start im ICE-Tempo für Oczipka nach Jahren der Wanderschaft zwischen Leverkusen, Rostock und St. Pauli. Definitiv würde ich gerne hier länger im Zeitraum Sessab werden, weil gerade die letzten Jahre ein bisschen turbulent waren, wo man mal ein Jahr da, ein Jahr da. Die Zukunft bewegen, das will Oczipka in Frankfurt. Gut für den 23-Jährigen. Armin Fee hat ein junges Team mit Perspektive gebaut und setzt große Stücke auf Oczipka jetzt und auch in Zukunft. Ich habe ihn auch deshalb geholt, weil ich vorher schon überzeugt war von ihm und weil ich glaube, dass er das Potenzial absolut noch nicht ausgeschöpft hat, sondern dass er richtig, richtig gute Spieler werden kann. Die Aussicht passt also und das nicht nur im Führerstand des ICE. Oczipka hat mit der Eintracht 16 von 18 möglichen Punkten eingefahren und ist damit auf dem besten Weg zum Klassenerhalt. Am Sonntag heißt der nächste Zwischenstopp Gladbach auf dem Weg in eine große Zukunft. Die Truppe ist super, wir haben viele junge und ich hoffe, dass auch viele davon noch länger hierbleiben, dass wir entwicklungsfähig sind und dann auch noch viele erreichen können in den nächsten Jahren.